hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge resident evil 5 wir sind das letzte mal hier stehen geblieben in der höhle immer noch immer noch wir haben diesen körper da bewegt der sepp hat mich letzte runde einmal sterben lassen der ist auch wieder dabei ist ich habe ihn halt mitgenommen weil er tat mir so leid ach er war schon da drüben hat es geplündert während ich auf toilette war jetzt fallen wir bestimmt runter ich habe doch irgendwas rauchen gehört rauchen ich habe doch gegner gehört ja habe ich ja richtig gehört oh fuck entschuldigung jetzt kommt es wird mit der fackel laden weg und könnte endlich her kommen die euro der fackelmann der hat fackeln an der lässt eine schlange fackeln ach du scheiße sind die viele der hat den ich auf den weg den ich auf den weg den ich auf den weg den weg den weg hallo was ist das hier jetzt oder ist noch einer der in den kräften der und ich hole mir das neid es ist immer noch irgendwo eine stelle musikachter kommen noch mehr Ach du Arsch. Was? Wer wollte an mir schnappolieren? Den Sepp wieder mal in den Arsch schritten. Wie viele sind's denn noch? Oh, die sind verpackt anscheinend. Ich will die Monie da oben haben. Hallo. Echt jetzt? Wow, Seth. Die waren eh verpackt. Jetzt bin ich dann schuld wieder. Ja, natürlich. Was? Schwer. 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 Come on, hier ist Loot. Was? Was habe ich mit Blendenmunition? Hallo. Ja, ich bin über. Blendengranaten? Nein. Wie schieße ich die denn? Ach du, die muss ich dir geben eigentlich. Wie bist denn du jetzt schon wieder hin? Ähm. Ich muss mich da unten durchkämpfen jetzt. Und du musst mir den Rücken decken. Ach so. Hey, ist nur ein Hebel. Der andere ist wo? Unten. Bleib mal hier. Bleib stehen. Weil ich habe Munition für deine komische... äh... Wehr... Dings da. Da. Den komischen... Raketenwerfer der Dingsbums da. Gehst du runter oder ich? Ich. Okay. Oh man. Da kommen jetzt voll viele Gegner, ne? Du musst mich von oben decken. Und Jan, wenn wir gedrückt haben, musst du sofort runterkommen. Oh, spinn. Oh, spinn. Geh, ziehen. Jetzt. Ich hab auch. Jetzt. Jetzt. Ich zieh. Wohin. Komm. Ja schon. Und jetzt musst du ganz schnell runterkommen, weil ich bin so zum Arsch. Komm ich schneller runter? Ja. Am besten. Zurücklaufen. Eh. Oh fuck. Ja. Ich verspinnen schon im Ohr ganze Zeit. Geh weg, ihr scheiß Fischer. Oh, hinter mir. Oh, das Problem. Dreh Ich kann ja wohl nie mehr Perfekt Ich komme so schnell wie ich kann Wäre echt toll Ja, wie komme ich denn zu dir am besten? Bist du jetzt Treppen runter direkt links oder danach links? Da bist du Oh, da bin ich hallo Hier ist Schrofflinde Ja, spring mich an, du Arsch Da lebt noch einer Ah, er ist schon tot Schava Oh Mh Nicer Dicer Ja, warum hältst du jetzt nicht beide Minen? Brauchen wir die Minen? Oh Wie bist denn du? Ich hab schon wieder was zum ziehen Ich hab schon wieder was zum ziehen Mh Rot Ja Ich schick mal gleich noch Pommes im Mund Wart doch mal Wart doch mal Wie Pommes im Mund Wie Pommes im Mund Boah Pommes wäre jetzt lecker, oder? Mhm, ja Ja Schön Pommes mit Ketchup und Mayo Oh, ohne Ja Doch, doch mit Ich mit Ich mit Oh, nö, was bist du für ein Vieh? Haben wir dich schon getötet Ich hab gedacht wir haben ihn getötet Ich blende ihn Was mach ich jetzt? Er ist geblendet Schieß auf ihn Er ist immer noch mal geblendet Ich muss doch einmal schießen Ich muss irgendwie nach hinten kommen Ja geh doch Wie denn? Der Ausgang ist gesperrt Achso Ich kann nicht wegen ihm durch Au, nicht mich, nicht mich Au, ich bin blind Au, ich bin immer noch blind Wie fällt denn der aus? Oh 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 nein Halt Stopp Da muss halt der Chris einmal mit seinem Scharfschützengewehr kommen Und das alles erledigen Aha Weil Hast du auch den Dings aufgehoben den es da gibt? Den Dings? Alter Ich komm hier nur mal raus Kack genug Du bist geil kacken Alles mal nachladen Erstmal Ich hab leider mal mehr Munition für irgendwas Achso ich dachte du gibst mir jetzt Schroffeln und Munition Ich hab nur noch vier Schuss Was? Okay Würde ich nicht Schroffeln geben Ich hab nur vier Schuss Da ist noch irgendwo ein Kristall hier oben Nein Ist noch irgendwo ein Kristall hier oben? Aber er heißt oft als Schaufel Nein Die Präparations sind fast komplett Dann können wir gehen Dann können wir gehen Dann können wir gehen Jetzt kann er das Arschloch Dann können wir gehen Dann können wir gehen und dann können wir gehen Und dann können wir gehen Oh, I have my eyes set on something much bigger. You'll be meeting a partner, right? Someone suitable to join you in your new world. I believe I've proven I will. Perhaps you have. It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay your visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delay. Let's go. You're waiting for your new genital virus. You believe I must become a god? Our heart is now mine. Ich glaube, dass ich dich zu spencer bedanken würde. Ach, nur in B war ja der Sepp viermal gestorben. Ich habe dich selber viermal gestorben. Ich weiß nicht. Ich habe es ganz genau da unten gesehen. Wir haben jetzt die Munition noch. Was ist das? Persionsgranaten. Elektroschock. Falsch. Falsch wäre ich jetzt mehr aus mit der komischen Krugensicht oder was? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Unsere Zuschauer können es doch mal in die Kommentare schreiben, ob man mit der mehr aushält. Falsch fällt. Als nur einer anderen. Ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Ich habe schon mal ne Frage. Es gibt mir einen Anfang. Niemals. Niemals. Was ist das jetzt für ein Zeug hier? Ist das jetzt ein Rätsel? Aus Sparung! Was ist das für ein Zeug? Aus Sparung stand da. Ist doch beim Gronkh immer so, wenn der Wimmelbild macht. Aus Sparung! Was ist das für ein Zeug? Achso! Ein Lichtstrahl oder was? Oh Gott, war das knapp. Aus Sparung! Bin ich hier zu schrocken? Au! Der Strahl hat genau dann angefangen. So in den Mumien. Hallo! Hallo! Warte, ich kann nicht sein. Ich heile uns schon. Warum müssen wir mal Deo frisch hier? Ich war dröhlich und auf einmal kommst du neben mir geflogen einfach. Hallo! Du bist... Du bist tot. Ich habe ihn gesehen. Das war ein Cheater. Oh nö. Ich habe ihn gesehen. Das war eindeutig ein Cheater. Der dich umgerempelt hat. Ja! Ach du Scheiße! Du machst das schon. Ich gucke hinter dir. Wow! Wie werfe ich denn die Dinger? Hier? Achso. Habe ich ja gut geworfen, gell? Ich höre... Autsch! Was war das denn? Oh! Oh hi! Von hinten! Der kommt denn ja noch von hinten. Ach du Scheiße! Oh oh! Oh oh! Geh weg, geh weg, geh weg! Ich habe sie schon angeschossen. Geht's ein bisschen nicht gut, oder? Nö, nicht wirklich. Ich wollte meine Nüsse kraulen. Lecken. Ich weiß nicht was du hörst. Was? Wir haben auch junge Zuschauer dabei. Wir haben auch junge Zuschauer hier, junge Dame! Ich stinker nicht. Du stinkst doch! was war das jetzt? mhm guten tag ok machen wir geschäft du gibst mir das ich gebe dir das was hast du mir jetzt gegeben? eine brandgranate ach so hier unten waren wir oh oh ach so hier kommt der strahl wieder müssen wir den überhaupt hin links geht nicht oder? nö dann rechts nö kommst du? da hinten was? wir haben die diamanten runter geschlagen hallo oh da ist ja noch einer ja naja ja 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 Das sind zwei Strahler, ok. Aber wo kam der denn jetzt her? Komisch. Oh oh. Oh. Ich komme ja schon. Ne, nicht da lang. Nicht schon? Aber da unten ist sowas, oder? Ne, wir müssen nicht da lang. Ah. Wurzelst du ein bisschen, glaube ich? Wo bleibt der andere Strahl? Da muss noch einer kommen. Da kommt ein Teufel. Oh nee. Ach du Scheiße. Oh shit. Kannst du mal hinter mich schnell gucken? Okay. Ob da einer ist? Ja, ist keiner. Pass auf! Ah. Da kommt noch einer. Oh shit. Hallo. Du musst da hoch das Teil holen. Glaube ich. Oh oh! Da kommt ein großer Freund. Oh oh! Es geht aber hinter dir her, oder? Ich nehme mir das genau ab. Wo muss ich jetzt runter? Muss ich zu ihm runter? Oh, feindbar. Ich schieße. Okay. Gott sei Dank. Ist es praktisch ein Maschinengewehr zu haben mit 150 Schuss? Ja, aber... Ist der wirklich tot? Ich glaube schon. Müssen wir jetzt zurück? Ja. Oh oh. Hier runter. Irgendwann ist so ein Ding mit einem Skarabeos. Ah, lass mich durch. Hallo? Hallo. Oh, der kommt doch so ein Ding schon wieder. Moine Fresse, wie viele von euch gibt es denn? Äh, bist du in die falsche Richtung? Oh wow. Ich sterbe, mir ist auch immer so schlecht. Oh oh oh. Achso, warte, kann ich nicht mal gleich wieder Sachen geben. Warte, ich gebe dir so ein Ding. Warte, ich gebe dir so ein Ding. Eben, da. Jetzt kombinieren so ein Ding. Ach du heilige Scheiße. Was hast du gemacht? Achso, da hinten. Oh, fliege. Fliege tot. WTF hat du jetzt getrunken? Typ da. Typ da. Bestand. Typ da. Typ da. Anstrengend. Was? Was war das für Geräusch? Nee, was ist das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Trutan! Hört sich wie ein Trutan an. Oh. Ach du Scheiße. Hinter uns, hinter uns. Aber nix. Ich bin blöd. No! Ganz ruhig, ich schieße es an. Aber ich habe keine Muni mehr. Letzte Problem. Scheiße. Hau. Hau ihn! Hau ihn! Mit X! Oder auch nichts. Aber wir mussten hauen. Aber hinter uns sind, damit sie nicht versichern. Wir haben voll gegen die Wand geklatscht. Warst du da oben schon? Ja. Guck mal. Achso, du hast das Ding hier. Dankeschön. Dankeschön. Habe ich was für dich? Nein, du hast ja nie was für mich. Ich habe dir eben eine Spritze gegeben. Hallo? Bei dir. Flitz. Was? Wieso brauchen wir wohl die Minen? Das macht mir Sorgen. Puh. Das Erdemblem. Oha. Sieht schon cool aus von hier oben. Aber was mir gerade so nebenbei aufgefallen ist. Wir haben noch nicht ein blaues Emblem hier gesehen. Also ich zumindest. Bestimmt schon übersehen, aber... Ich habe auch keinen gesehen. Wahrscheinlich haben wir ihn übersehen. Ich habe geguckt, aber zumindest keinen gesehen. Ich weiß nicht wo einer sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Egal wo ich... Wut? Roger! Ich dachte wir sind raus. Oh Gott. Ich habe einen Rettel. Oh! Oh, ein Rettel. Oh! 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 Aber ich würde sagen... Das Rätsel machen wir beim nächsten Mal. Ich sage... Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like. Ein Kommentar. Ein Däumchen nach oben. Ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil 5. Ciao! Tschüss!